Nachfolgend zeige ich Ihnen einige Tipps und Tricks, wie Sie Funktionen in Windows deaktivieren können, damit Pinnacle Studio optimal auf Ihrem PC ausgeführt werden kann. Als erstes zeige ich Ihnen, wie Sie gewisse Energieoptionen am PC beeinflussen können. Gehen Sie dazu auf Start und dann Systemsteuerung. Geben Sie hier oben im Suchfeld einfach zum Beispiel Energie ein. In Windows Vista und Windows 7 werden Ihnen dann die Energieoptionen angezeigt. Klicken Sie einfach auf Energieoptionen. Hierbei geht es darum, dass wenn Ihr PC von Ihnen nicht benutzt wird, nach einer gewissen Zeit zum Beispiel den Bildschirm ausschaltet oder gewisse Festplatten herunterfährt. Dies ist im Normalfall auch kein Problem. Allerdings, wenn Sie mit Pinnacle Studio arbeiten und zum Beispiel eine Datei oder Disk exportieren möchten, dann sollte es nicht so sein, dass gewisse Festplatten auf einmal heruntergefahren werden, da sonst zum Beispiel der Render- oder Exportvorgang unterbrochen wird. Sie können dies nun sehr einfach verändern, indem Sie einfach auf Energiesparplaneinstellungen ändern klicken. Und hier haben Sie nun die Optionen. Zum Beispiel möchte ich, dass der Bildschirm nicht ausschaltet. Wählen Sie dann einfach zum Beispiel diesen Eintrag und wählen Niemals. Eine weitere Einstellung ist der Energiesparmodus. Und zwar fährt zum Beispiel dieser PC nach 20 Minuten herunter in einen Energiesparmodus. Das sollte auf keinen Fall passieren, wenn Sie einen Film exportieren möchten. Schalten Sie darum also diese Option unbedingt aus. Erweiterte Energieeinstellungen können Sie hier noch individuell ändern. Diese zwei sind aber in jedem Fall die wichtigsten. Klicken Sie dann einfach auf Änderungen speichern und diese werden dann übernommen. Sie können dann die Einstellungen wieder schliessen. Eine weitere Einstellung ist zum Beispiel der Bildschirmschoner. Bildschirmschoner werden bei TFT-Displays eigentlich nicht mehr benötigt. Sie können darum den Bildschirmschoner auch ausschalten. Es ist nämlich so, dass wenn Sie einen Film exportieren möchten und während dem Exportieren der Bildschirmschoner eingeschaltet wird, der Exportvorgang unter Umständen beendet wird. Sie können dies in Vista und Windows 7 sehr einfach ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf dem Desktop und wählen Sie dann Anpassen. Hier haben Sie nun die Möglichkeit das Aussehen und Design von Windows anzupassen. Unten rechts sehen Sie, dass Sie den Bildschirmschoner beeinflussen können. In diesem Fenster gehen Sie einfach unter Bildschirmschoner die Option Keine ein und klicken Sie dann auf OK und dann können Sie diese Einstellungen ebenfalls schliessen. Was ich Ihnen empfehle ist, dass wenn Sie ein Antivirenprogramm auf dem PC installiert haben, dies deaktivieren, währenddem Sie mit Pinnacle Studio 14 arbeiten. Es ist nämlich so, dass Pinnacle Studio mit sehr grossen und sehr vielen Daten im Hintergrund arbeitet. Zum Beispiel Ihre Videos, Fotos, Musik und so weiter und natürlich auch temporäre Daten. Wenn Sie an denen arbeiten, kann es sein, dass ein Antivirenprogramm diese ständig überprüft im Hintergrund und so die Geschwindigkeit Ihres PCs enorm verlangsamt. Ebenfalls kann es sein, dass zum Beispiel ein Antivirenprogramm oder eine Firewall gewisse Funktionen von Pinnacle Studio komplett blockiert. Das heisst zum Beispiel, Sie können gar nicht brennen. Der Brennvorgang wird komplett abgeblockt. Wenn Sie aber die folgenden Schritte nachvollziehen, die ich Ihnen jetzt zeige, dann sollten Sie unbedingt die Verbindung von Ihrem Computer zum Internet trennen. Also ziehen Sie am besten das Kabel vom PC heraus, da Sie sonst nicht mehr geschützt sind. Sie sollten also nicht im Internet surfen oder Dateien herunterladen, wenn das Antivirenprogramm deaktiviert ist. Ich zeige Ihnen dies einfach anhand von zwei Beispielen und Sie lesen dann vielleicht am besten in der Beschreibung Ihres Antivirenprogramms nach, wie es funktioniert für das Programm, das Sie installiert haben. Norton 360 zum Beispiel funktioniert wie folgt. Doppelklicken Sie einfach dieses Symbol. Wie Sie nun sehen, sind alle Optionen eingeschaltet. Das heisst, im Hintergrund werden Daten geprüft, es werden E-Mails geprüft und so weiter. Diese Einstellungen können Sie temporär deaktivieren. Und zwar in Norton unter Einstellungen auf der rechten Seite. Aktivieren Sie den Silent Mode. Dann werden keine Warnungen angezeigt. Sagen Sie, wie lange das sein soll, zum Beispiel einen Tag. Und deaktivieren Sie dann alle diese Optionen, um den Schutz aufzuheben. Unter Umständen fragt Sie die Software, wie lange dieser Schutz deaktiviert werden soll. Sie können dann zum Beispiel angeben bis zum Neustart des Systems. Trennen Sie aber unbedingt die Verbindung zum Internet, bevor Sie dies nachvollziehen. Klicken Sie auf Schliessen. Wie Sie nun sehen, ist der Bildschirm rot geworden und sagt Ihnen Achtung, Sie sind nicht mehr geschützt. Sie können nun Norton wieder schliessen und weiterarbeiten. Eine weitere Software ist Avira Antivir. Diese können Sie wie folgt deaktivieren. Klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf das Antivir Control Center und wählen Sie Deaktivieren, um den Schutz aufzuheben. Auch hier müssen Sie dann, wenn Sie fertig sind und wieder eine Internetverbindung haben, diesen Schutz natürlich wieder aktivieren. Durch das Bearbeiten von Videos auf der Festplatte kann es vorkommen, dass Ihre Festplatte fragmentiert ist. Das bedeutet, Sie speichern Daten auf Ihrer Festplatte ab. Diese Daten werden dann von Windows automatisch an verschiedenen Orten auf der Festplatte gespeichert. Ich meine jetzt nicht die Ordner, sondern physisch, in welche Sektoren die Daten gespeichert werden. Wenn Sie nun eine Datei auf der Festplatte löschen, dann entstehen in diesen Sektoren Lücken. Wenn Sie dann eine weitere Datei auf Ihrer Festplatte kopieren, dann werden diese Lücken wieder gefüllt durch die Daten. Dann wird es eben vorkommen, dass Ihre Daten fragmentiert auf der Festplatte abgelegt werden und Daten, die zusammengehören, nicht in den gleichen Sektoren abgespeichert sind. Durch die Funktion Defragmentieren werden diese Daten automatisch von Windows neu sortiert. Ein Zugriff auf Ihre Festplatte ist dann einiges schneller. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Festplatte defragmentieren können. Diese Funktion ist bereits in Windows integriert. Klicken Sie dazu einfach auf Computer oder Arbeitsplatz und klicken dann auf ein Laufwerksbuchstabe mit der rechten Maustaste und wählen dann Eigenschaften aus. Hier haben Sie ein Register Tools und dann eine Funktion Jetzt defragmentieren. Klicken Sie auf Jetzt defragmentieren und die Defragmentierung-Funktion öffnet sich. Nun erhalten Sie alle Laufwerke aufgelistet, die defragmentiert werden können. CD-ROM und DVD-Laufwerke können nicht defragmentiert werden, da die Daten darauf nicht anders sortiert werden können. Wählen Sie nun die Festplatte aus, die Sie defragmentieren möchten. Hier sehen Sie die Meldung, dass diese Festplatte defragmentiert werden sollte. Analysieren Sie zuerst den Datenträger durch einen Klick auf Datenträger analysieren. Warten Sie einfach, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist und wählen Sie dann Datenträger defragmentieren. Die Defragmentierung wird dann im Hintergrund ausgeführt. Je nachdem, wie gross Ihre Festplatte ist, wie viele Daten Sie auf der Festplatte gespeichert haben und wie viele Fragmente gefunden werden, kann dieser Vorgang länger dauern. Am besten defragmentieren Sie Festplatten, währenddem Sie den PC nicht brauchen. Unter Zeitplan konfigurieren können Sie zum Beispiel sagen, dass die Defragmentierung zum Beispiel wöchentlich mittwochs um 01.00 ausgeführt werden soll. Zu dieser Zeit muss der PC allerdings eingeschaltet sein, da sonst eine Defragmentierung nicht ausgeführt werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017